Krone, linken Szene. Mutter war sehr attraktiv. Was kann an diesem Foto so brisant sein? Das gilt es herauszufinden. Salam! Marie Brand, Mittwoch, 20.15 Uhr im ZDF. Lebensmittel von Aldi, Lidl und Co. Billig und trotzdem gut? Nelson Müller untersucht Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse. Die vom Discounter sieht deutlich frischer aus. Schmeckt der Billigkaffee? Riecht immerhin nach Kaffee. Das riecht muffig, das riecht nach einem Keller, das riecht nach irgendwelchen Faulgasen. Die Tricks der Lebensmittelindustrie strecken um jeden Preis. Heute machen wir so viel Käse, so viel Käse, der verdammt günstig wird. Neben allerlei Schmuh gibt es auch echte Schnäppchen. Bei Aldi, Lidl und Co. Außer im Discounter gibt es auch gute Schnäpps. Kann billige Massenware auch wirklich gut sein? Oder wo ist der Haken? Ich würde sagen, das finden wir jetzt heraus. Die beliebtesten Lebensmittel der Deutschen im Test. Mit Sternekoch Nelson Müller. Aldi, Lidl und Co. Wie gut sind Discounter-Lebensmittel? Nelson Müller auf dem Weg zu Lidl. Nur dort ist Filmen erlaubt. 65% aller deutschen Haushalte kaufen regelmäßig bei einem der großen Discounter ein. Während die Preise für Lebensmittel überall steigen, sollen sie bei Aldi, Lidl und Co. angeblich sogar fallen. Hier ist die Marke fast doppelt so teuer wie die Eigenmarke. Billig ist Programm, aber die Kunden sollen sich wohlfühlen wie im richtigen Supermarkt. Sag nicht, wir haben hier eine Nährwertübersicht über die Backwaren. Der Anspruch ist hoch. Gesunde Produkte, frische Lebensmittel und große Auswahl. Also ich muss ganz ehrlich sagen, von der Gemüsebandbreite bin ich echt extrem positiv überrascht. Produkte, die ich eher so aus der gehobenen Küche kenne, Artischocken zum Beispiel, hätte ich nicht gedacht. Und vieles zum super billig Preis. Ne, 99 Cent, so eine Dinger, muss irgendwo ein Haken dran sein. Genau. Ja, das ist doch günstig, oder nicht, oder? Wollen Sie mal flüstern, oder? Die schmecken noch gar nicht. Ach, die schmecken noch nicht. Aber schön aussehen tun sie schon, ne? So einen Erdbeerkuchen könnte man mit backen. Einen typischen Warenkorb mit 15 Produkten kauft Nelson ein. Die Grundlage für unseren Test. Wie gut sind Billig-Lebensmittel in Sachen Qualität? Frische, bei den sogenannten Länderwochen, bei Fairness, Geschmack und natürlich beim Preis. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hi, so, Ladies first eigentlich, ne? Hi. Ja, kommt direkt durch. Ja, gerne. Hey, na, die Jungs, servus. Auch Nelsons Freunde haben eingekauft. Möglichst identische Produkte für einen fairen Preisvergleich. Ich war bei Lidl einkaufen. Einige von euch waren auch bei diversen Discountern einkaufen. Und zum schönen Vergleich, wart ihr im Supermarkt. Und ja, vielleicht können wir einfach mal gucken, was wir so ausgegeben haben. Wir waren bei Netto. Und haben 24 Euro und einen Cent ausgegeben. Ja, liege ich knapp drüber. Ich war bei Aldi und hatte 24,80 Euro. Also ich war, wie gesagt, bei Lidl und habe, sage und schreibe, 23,45 Euro ausgegeben. Oh, wow. Ja, dann bin ich der Gewinner. Ich war bei Penny und habe 20,27 Euro ausgegeben. Angeber. Ja. Dabei muss ich aber auch sagen, ich habe keinen Parmaschinken bekommen. Ja, und wir haben, glaube ich, das Schlusslicht. Den Highscore. Wir haben 32,91 Euro ausgegeben. Ihr könnt es euch leisten, ne? Naja, wir waren ja auch im Supermarkt. Die Discounter sind alle fast gleich billig. Wenn wir einen mittleren Preis für Parmaschinken dazurechnen, bleibt Penny trotzdem der günstigste. Allerdings liegen die Unterschiede nur im Cent-Bereich. Im Vergleich zum normalen Supermarkt sind Aldi, Lidl und Co. rund 30 Prozent günstiger. Und das, obwohl die Discounter immer mehr Markenartikel anbieten. Lidl etwa hat über 500 Markenprodukte im Angebot. Ein Drittel aller Produkte. Netto der Markendiscount sogar knapp 1.800. Auffällig bei allen sind echte Preisbrecher wie zum Beispiel Kaffee. Hier klaffen Unterschiede von mehreren Euro. 2,79 Euro gegen 5,49 Euro. Der Billigkaffee kostet knapp die Hälfte. Solche Lockpreise bei Kaffee, Fleisch oder Eiern sollen verschleiern, dass auch Discounter unterm Strich immer teurer werden. 2013 legten sie sogar mehr zu als normale Supermärkte. 2014 haben Supermärkte und Discounter fast im Gleichschritt die Preise erhöht. Unterm Strich steht allerdings statistisch trotzdem noch eine Ersparnis von rund 30 Prozent beim Discounter im Vergleich zum Supermarkt. Im Vergleich zum Supermarkt kann ich hier tatsächlich Geld sparen. Spannend fand ich aber auch, dass es eigentlich egal ist, ob ich zu Penny, Netto, Lidl oder Aldi gehe. Da sind die Preisunterschiede einfach zu gering. Deshalb gibt es für den Preis 5 von 5 möglichen Sternen. Billig sind die Billiglebensmittel also wirklich. Aber wie steht es um die Qualität? Kaffee ist der Preisbrecher von Aldi, Lidl und Co. Aber schmecken die günstigen Bohnen auch? Wir testen. Firma Billig gegen zweimal Marke. Wie schlägt sich der Discounter-Kaffee? Nelson bittet einen renommierten Kaffee-Experten zum Test. Hallo. Hallo, Herr Müller. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich habe hier diverse Kaffeesorten mitgebracht. Discounter- und Markenkaffees. Okay. Ja, dann kommen Sie rum. Legen wir los. Michael Gliss ist Kaffeesommelier und führt nur die edelsten Sorten in seiner kleinen Rüsterei. Also langsam bekomme ich eine Idee von gutem Kaffee. Mal sehen, ob Aldi, Lidl und Co. vor dem Experten bestehen können. Getestet wird mit allen Sinnen. Näher und ran mit der Nase. Die Nase ruhig rein. Jawohl. Ganz rein. Gut, riecht schon. Riecht eh mal nach Kaffee. Das ist für mich der grottigste von allen. Das riecht muffig, das riecht nach einem Keller, das riecht nach irgendwelchen Faulgasen. Der gefällt mir einfach nicht. Faulgase im Kaffeearoma? Ich könnte Ihnen jetzt nicht sagen, welcher davon irgendwie besser ist oder also, ich stehe da relativ ratlos davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir trinken sie ja gleich und da werden wir sehen, ob wir da so große Unterschiede haben. Discounter gegen Markenkaffee. Unser Geschmackstest. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Dann probieren wir doch mal. Ich gehe einfach, ich starte mal mit irgendeinem. An die Testmethode von Michael Gliss muss sich Nelson erst noch gewöhnen. Ich möchte nie für Sie Kaffee kochen. Das mit dem Schlupfen, ja, nicht die gute Kinderstube, aber es hilft natürlich ein bisschen, die Aromen mit dem Sauerstoff einfach viel, viel besser wahrzunehmen. So, also, wenn wir so über die Kaffees mal alle drüber gucken. Der erste Kaffee, jetzt nachdem ich die sechsmal durchhole, der ist relativ harmlos, neutral. Der zweite, ähnliches Ergebnis wie bei dem. So, dann haben wir den nächsten, der dritte. Ich finde kaum Unterschied. Also, nächster. Der ist schon mal das ganz Interessante, gerade beim Gemahlenen. Da habe ich ja direkt gesagt, da habe ich das Gesicht verzogen. Mit dem bin ich gar nicht zurechtgekommen. Und wenn ich ihn jetzt trinke, den finde ich einfach wirklich, ich finde ihn furchtbar. Also, ich habe so zwei, die, also, das sind jetzt nicht unbedingt meine Lieblinge der heutigen Verkostung. Und die würde ich jetzt einfach mal so nach vorne stellen oder stelle ich nach vorne. Das sind die zwei, also, die würde ich mir jetzt nicht unbedingt antun. Ansonsten, was sehr, sehr deutlich rausgekommen ist, mit allen Kaffees, die sind alle sehr nah beieinander, was die Qualität angeht. Ja. Wir haben zwei Ausreißer aus meiner Sicht, eindeutig. Und die anderen, sage ich, so viel verkehrt macht man nicht. Die sind okay. Zwei der Billig-Kaffees fallen durch. Kaffee, der beste von Netto. Und Kontal-edler Auslese von Penny. Die Kaffees von Aldi und Lidl allerdings spielen in einer Liga mit den teureren Markenkaffees aus dem Supermarkt. Unsere Stichprobe zeigt also, nur in zwei von vier Fällen bekommt man beim Discounter guten Kaffee zum halben Preis. Bei einfachen Grundnahrungsmitteln sieht das besser aus. Milch- oder Getreideerzeugnisse vom Discounter haben fast immer gute Qualität. Das bestätigt auch eine von Öko-Test in Auftrag gegebene Untersuchung. Aber gilt das auch für verarbeitete Lebensmittel und Fertiggerichte? Hier kann sich der Verbraucher selbst schlau machen. Ja, das ist eine wunderbare Errungenschaft des Internets, dass wir nämlich hier nachschauen können, wo die Produkte herkommen. Und zwar beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Wir untersuchen das Lieblingsessen der Deutschen. Nudeln. Ich würde das ganz gerne mal bei diesen Tortellini machen. Hier haben wir ein Markenprodukt. Wo haben wir die Nummer? Hier hinten drauf. Das geben wir jetzt mal ein. Fleischwaren Steinhaus GmbH. Die Billig-Tortellini und das doppelt so teure Markenprodukt kommen vom selben Hersteller. Guck an. Siehst du? Ja. Das gibt's doch nicht. Absolut, ja. Also steckt jetzt in deinem Discounterprodukt mein Markenprodukt? Tja. Genau das wollen wir herausfinden. Die Firma Steinhaus in Remscheid lässt uns in die Töpfe gucken. Die Discounter-Nudeln und das Markenprodukt laufen nebeneinander vom Band. Gibt es Unterschiede? Die Produkte unterscheiden sich ja grundlegend von vorne raus. Also ob der Verbraucher jetzt bereit ist, mehr oder weniger zu bezahlen, die Entscheidung kann ich ihm auch nicht abnehmen. Er kriegt nur für das teurere Produkt auch eine andere Qualität. Die Unterschiede liegen im Detail. Die Eier für den teuren Markenteig kommen aus Freilandhaltung. Für die Billignudeln nur aus Bodenhaltung. Die Füllung für die teureren Spinat-Ricotta-Tortelloni wird von Hand hergestellt und in eine besonders feine Konsistenz gebracht. Keine Zusatzstoffe, keine künstlichen Aromen. Das ist das Versprechen. Für das billige Discounterprodukt wird die Füllung maschinell vorproduziert und mit Wärme behandelt. So kann sie in größeren Mengen gelagert und verarbeitet werden. Bei Billignudeln wird also an den Zutaten gespart. Allerdings verspricht der Hersteller die Einhaltung aller Vorschriften und vor allem Sicherheit. Es gibt für einen Lebensmittelhersteller kaum etwas schlimmer aus, als in einem Lebensmittelskandal verwickelt zu sein. Und das geht dann auch an die Existenz des Unternehmens. Und wir gehen nicht den Weg, die Rohstoffe auf den billigen Hotspot-Märkten irgendwo zu beziehen. Dann machen wir auch keine Unterscheidung, ob das jetzt bei der Marke ist oder für ein Discount-Produkt. Doch trotz aller Beteuerungen der Hersteller, irgendwo muss gespart werden, um die Billigpreise der Discounter möglich zu machen. Und dafür stehen der Industrie allerlei legale Tricks zur Verfügung. Lebensmittelentwickler Sebastian Lege zeigt uns, wie besonders billig hergestellt wird. Am Beispiel Schmelzkäse. Heute machen wir auch so viel Käse, so viel Käse, der verdammt günstig wird. Für unseren günstigen Schmelzkäse brauchen wir folgende Zutaten. Möhrchen für die Farbe. Pflanzenfett zum Strecken. Schmelzsalz. Emulgator. Speisestärke, damit alles schön zusammenhält. Und natürlich auch Käse. Aber echter Käse wird hier keine nennenswerte Rolle spielen. Möhrensaft und Pflanzenfett liegen jetzt noch traurig getrennt voneinander in meinem Mixer. Schmelzsalz und Emulgatoren werden die beiden miteinander vereinen. Was der Lebensmitteltechniker hier anrührt, läuft bei vielen großen Herstellern in Massenproduktion vom Band. Kleiner Löffel Stärke. Erst jetzt kommt noch ein Hauch Originalzutat ins Spiel. Zu unserer Möhrensaft-Pflanzenfett-Liaison gesellt sich jetzt auch noch unser kleiner, kleiner Freund Käse. Dem teuren, echten Käse gilt es so weit wie möglich rauszuhalten aus dem Industrie-Schmelzkäse. Stattdessen gibt's billige, aber erlaubte Ersatzstoffe. Es ist verbracht, alle Zutaten haben sich miteinander vermehlt. Wir haben jetzt einen quietschgelben Käsebrei, der aussieht wie Nacho-Käsesauce aus dem Kino. Im letzten Schritt wird jetzt noch fester Käse daraus gemacht. Jetzt gießen wir unseren Käse schön in Form, damit es später auch aussieht wie Käse. Den Rest erledigen, der Kühlschrank und ein bisschen Zeit. So, da ist er, unser Möhrensaft-Pflanzenfett-Schmelzsalz-Emulgator-Kleine-Brise-Käse-Käse. In dieser Form verfeinert der sogenannte Schmelzkäse im ganzen Land Pizza, Toast-Hawaii oder Tiefkühl-Lasagne. Eine ganz legale Illusion. Unser Schmelzkäse mit 20% Käse sieht aus wie Käse, riecht wie Käse und hält auch wie Käse. Strecken, Dehnen, Aufpumpen und die Originalzutat gegen Null reduzieren. Dieses Prinzip findet sich in vielen verarbeiteten Billiglebensmitteln. Diese Kalbsleberwurst etwa besteht im Wesentlichen aus Schweineleber, Schweinefleisch und Speck. Und nur zu 15% aus Kalb. Dieser Sahne-Pudding-Vanille setzt auf alles, was die Lebensmittelindustrie zu bieten hat. Und kommt komplett ohne Vanille aus. Umso inhaltsstoffreicher das Produkt, umso mehr kann geschummelt und getrickst werden. Umso weniger auf der Zutatenliste, umso hochwertiger auch das Produkt. Wir Verbraucher könnten auf die extrem klein gedruckten Zutatenlisten schauen, aber wer tut das schon? Unser Qualitätsurteil für Discounter-Lebensmittel fällt angesichts solcher Tricksereien eher zwiespältig aus. Also bei den Grundnahrungsmitteln gibt es nichts zu meckern. Das Problem sind eher die Fertigprodukte. Hier stoßen die Billiglebensmittel einfach an ihre Grenzen. Ich meine, ein Gulascheintopf für 69 Cent, da muss bei den Zutaten gespart werden. Und somit sinkt halt auch die Qualität. Unser Gesamturteil bei der Qualität sind deshalb nur zwei Sterne, trott der guten Grundnahrungsmittel. Unser nächster Test, die Frische. Wir knöpfen uns ein besonders heikles Discounter-Produkt vor. Frischen Fisch. Testweise im Angebot bei Lidl. Zusammen mit den Anglern vom Club Braunschweiger Fischer untersuchen wir, wie frisch der Fisch vom Discounter wirklich ist. Im Test Regenbogenforellen aus der Frischetheke. Ein bisschen fleckig sind es schon. Die Farbe ist auf jeden Fall weg für Regenbogenforellen. Frisch wäre hier noch so ein roter Streifen in der Mitte. Ansonsten sieht er aber relativ frisch aus. Die Augen glänzen noch. Also ganz alt sind sie nicht. Das merkst du, wenn du sie aufmachst. Wenn es stinkt, ist doof. Immerhin, es stinkt nicht. Schleimig sind sie noch. Relativ fest noch. Wenn man hier so drüber fühlt, die Gräten, die sind alle noch wunderbar im Fisch. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Trotzdem gibt es bei näherem Hinsehen Probleme beim Discounter-Fisch. Das ist schlecht sauber gemacht. Oh ja. Dieses Schwarze, was man hier sieht, das ist die Niere. Die muss unbedingt bei jedem Fisch, so gut es nun geht, raus, weil die giftig ist. Wer die Nierenreste mit isst, riskiert zumindest Bauchschmerzen. Punktabzug für die Lidl-Forellen. Und auch die Festigkeit des Fleisches lässt Wünsche offen. Wenn man den jetzt aufklappt, dann sieht man, dass die Haut diese Falten bildet. Und das ist bei frischem Fisch halt auch nicht. Der klappt sofort zurück, der ist steif. Und das würde also bei frischem Fisch nicht sein. Die frische Forelle vom Discounter ist also in Wirklichkeit nicht mehr so ganz tauffrisch. Geht aber bei unseren Experten gerade noch durch. Ein Gut oder ein Sehrgut kann man nicht mehr geben, aber befriedigend, ausreichend kann man sagen, vergammelt ist er ja noch nicht. In Schulnoten also eine 3 bis 4. Bei Lidl gibt's gleich neben den Forellen auch frische Fischfilets. Leicht zuzubereiten und entsprechend beliebt. Wie steht es hier um die Frische? Wir schicken Seelachsfilets ins Labor. 500 Gramm für 3,49 Euro. Im Vergleich, Filet von der Frischetheke eines Fischhändlers, 1 Euro teurer. 4,20 Euro pro 500 Gramm. Jetzt schauen wir uns erst mal das rohe Filet an. Riecht meines Erachtens völlig normal. Keine Abweichung. Ja, ohne Auffälligkeiten. Im sogenannten sensorischen Test gibt es keine Punktabzüge für den Discounter-Fisch. Und auch im gekochten Zustand kann er überzeugen. Die Proben aus dem Discounter sind frisch. Wir können sogar sagen, sensorisch sind sie vielleicht sogar noch etwas besser als die Probe, die wir aus dem Fischeinzelhandel hatten. Die Discounter-Ware besser als die aus dem Einzelhandel? Wir untersuchen beide Filets auf ihre Keimbelastung. Doch auch hier ist die teurere Ware vom Fischhändler knapp unterlegen. In beiderlei Hinsicht waren die Proben in Ordnung. Bei dem Fisch aus der Theke war die Gesamtkeimzahl leicht erhöht. Das ist ein Indiz dafür, dass der Fisch nicht mehr ganz frisch ist. Unsere Stichprobe Lidl-Fisch ist damit tatsächlich etwas frischer als die aus dem Fachhandel. Doch wer auf Nummer sicher gehen will, nimmt besser Tiefkühlfisch. Den gibt es bei allen großen Discountern. Wir haben auch hiervon Stichproben ins Labor geschickt. Das Ergebnis sind durchweg gute bis sehr gute Frischegrade. Der Grund liegt in der Herstellung. Gefrierfisch wird auf großen Fabrikschiffen direkt nach dem Fang verarbeitet und gefroren. Frischer geht's nicht. Doch egal, ob Tiefkühl oder nicht, in unserem Test kann Discounter-Fisch in Sachen Frische überzeugen. Dieses Ergebnis belegt, dass die frische Logistik beim Discounter offensichtlich beherrscht wird und dass es gelingt, den Fisch fangfrisch fast bis in den Discounter-Einzelhandel zu bringen, was schon eine großartige Leistung ist. Als nächstes nehmen wir Obst und Gemüse vom Discounter unter die Lupe. Jeder von uns war schon mal beim Discounter auch schon mal Gemüse kaufen. Und da stellt man sich ja oft die Frage, ist das gut, ist das frisch, das Gemüse dort. Deshalb hier drei Körbe, einmal vom Discounter, einmal vom Supermarkt und einmal tatsächlich so, wie ich in meinem Restaurant einkaufen würde, nämlich auf dem Wochenmarkt. Und jetzt ist es eure Aufgabe, mal hier drüber zu schauen und mal einzuschätzen und herauszufinden, welcher Korb zu welchem Anbieter gehört. Unterscheidet sich das günstige Grünzeug von Aldi, Lidl und Co. von den teureren Alternativen? Ich würde eher sagen, da hinten, das ist Discounter. Der Feldsalat ist viel kleiner, der ist, ja, ungeniecht. Der kann man ja nach Maßen, den kann man gar nicht beschreiben. Das sieht aus, als käme es wirklich aus der Plastikbox. Nathons Gäste erwarten schlechtere Qualität eher beim Discounter. Das ist für mich der Supermarkt, das ist für mich der Wochenmarkt und das ist Discount. Wegen des Feldsalats. Mhm. Finde ich tatsächlich auch so, ja. Aufgrund des Feldsalats. Oliver, definitiv meine Meinung, ja. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir in der Mitte hier den Wochenmarkt haben. Und dann? Hier den Supermarkt. Ach, oh. Ja, siehst du, so kann man sich täuschen. Guck mal, ich hätte das nicht gedacht, weil der Feldsalat sieht hier doch viel, viel schöner aus als drüben halt auf der anderen Seite, oder? Ja, absolut. Die Billigprodukte überraschen. Also wenn wir uns wirklich nochmal die Frische anschauen wollen, dann können wir wirklich einfach nochmal ein bisschen testen. Ich schneide mal hier so eine Zucchini an. Ja, das saftet schön direkt hier, also sieht auch top aus, finde ich. Die finde ich fast schon, dagegen schon ein bisschen schrumpeliger vom Markt. Die ist deutlich angegriffener. Die vom Discounter sieht deutlich frischer aus. In unserer Stichprobe punktet der Discounter. Obst und Gemüse kann dort frischer sein als im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt. Und wie steht es um die Haltbarkeit? Wir lassen unsere Testeinkäufe vier Wochen lang liegen. Bis von Obst und Gemüse nur noch welke Reste bleiben. Das Ergebnis ist eindeutig. Auch in Sachen Haltbarkeit können die Discounter zumindest mithalten. Im Vergleich zu den Testeinkäufen vom Super- oder Wochenmarkt gibt es keine Unterschiede. Ja, wer hätte das gedacht? Beim Thema Frische sind die Discounter sogar im Vorteil. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen haben sie eine nahezu perfekte Warenlogistik. Und zum anderen verkaufen sie riesige Mengen am Tag. Das heißt, es bleibt eigentlich nichts lange im Laden liegen. Und was nicht lange im Laden bleibt, ist immer frisch. Discounter-Lebensmittel sind also frischer als gedacht. Nur für die Forelle gibt es Abzüge. Deshalb vier von fünf Sternen. Unser nächster Check. Fairness. Bei Eiern gab es in den letzten Jahren dramatische Preissenkungen. Zehn Eier für weniger als einen Euro. Aber was bedeutet das für die Lieferanten? Wir fragen nach bei Aldi. Die Antwort? Lapidar. Man freue sich für die Kunden. Kein Wort über die Hersteller. Eierbauer Georg Heitlinger kennt die Methoden der großen Discounter. Es ist eine absolute Schweinerei. Die Discounter wissen, dass zu diesen Preisen keine kostendeckende Produktion möglich ist. Von Seiten der liefernden Landwirte. Und sehnten Auges ziehen sie den Preis runter. In der dritten Generation produzieren die Heitlingers Eier. Als vor einigen Jahren Aldi anklopft, scheinen goldene Zeiten anzubrechen. Denn Discounter ordern riesige Stückzahlen. Bis zu 100 Millionen pro Jahr. Heitlinger stellt seinen gesamten Betrieb auf Discounterproduktion um. Mehr Tiere, größere Sortiermaschinen. Alles für Aldi. Dafür nimmt er Kredite auf. Doch dann diktiert Aldi nach dem ersten Jahr neue Preise. Minus 30 Prozent. Zuerst werden die Lieferanten abhängig gemacht. Und auf einmal heißt es jetzt, wir zahlen denen nur noch 30 Prozent weniger. Oder du lieferst die nächsten drei Jahre nicht mehr. Und dann hast du die Wahl, was kannst du jetzt machen. Das ist eine lebende Produktion. Du kannst es ja nicht einfach sagen. Ich schalte die Maschinen ab. Und dann hat man da halt ein Mordsproblem. Ein Problem, das immer größer wird. Denn auch im zweiten und dritten Jahr stehen die Aldi-Einkäufer auf der Matte. Höflich, aber knallhart. Der Preis muss weiter runter. Vogel friss oder stirb. Unter dem Preisdiktat macht Heidlinger mit jedem Ei ein Minus. Wenn er seine Termine nicht einhält, drohen saftige Vertragsstrafen. Du arbeitest und arbeitest und das Minus auf dem Konto wird immer größer. Mehr arbeiten kannst du einfach gar nicht mehr. Du bist absolut am Limit. Und trotzdem wird es immer schlimmer, die Situation. Auch Milchbetriebe müssen immer billiger an die Discounter liefern. Das ist nicht nur unfair gegenüber den Produzenten, sondern auch gegenüber den Verbrauchern. Denn die müssen an anderer Stelle teuer bezahlen. Ein Liter Milch kostet in der Herstellung ungefähr 50 Cent oder so was. Die Discounter kaufen ihn aber zu etwa 26 bis 29 Cent. Das, was da draufkommt und was der Bauer verdient, das wird durch EU-Subventionen finanziert. Das heißt, wir zahlen das mit unseren Steuergeldern. Eierbauer Georg Heidlinger gehört zu den Verlierern. Das Discounter-Prinzip von der Moral her, ja, schwierig. Aber das System funktioniert immer noch gleich. So wollte Heidlinger nicht weitermachen. Er hat seinen Betrieb wieder verkleinert, produziert jetzt Eier für viele kleine Abnehmer statt für einen großen. Die meisten anderen Lieferanten schaffen den Absprung nicht. Gegen die Marktmacht von Aldi, Lidl und Co. haben sie keine Chance. Fairness? Fehlanzeige. Also ich kann mich da nicht drüber freuen, wenn es jetzt Eier, Fleisch und Butter zu immer billigeren Preisen gibt. Da leiden einfach Tiere und Umwelt drunter, eben auch viele Zulieferer. Und die Zulieferer können unter dem enormen Preisdruck einfach nur noch auf Masse produzieren, nicht auf Klasse. Da müssen wir uns nichts vormachen. Für die fehlende Fairness zahlen alle, auch die Verbraucher. Deshalb gibt's von uns nur einen Stern. Discounter bieten immer mehr verschiedene Lebensmittel an. Die werden in Nelsons Küche jetzt auf den Prüfstand gestellt. Als Vorspeise gibt es eine Lachsvariation. Zum Hauptgang Rinderrücken und als Dessert Tiramisu und Vanilleeis. Einmal vom Discounter, einmal vom Supermarkt. Ich hab hier übrigens einen Deluxe-Rinderfond im Discounter tatsächlich bekommen. Also es ist tatsächlich so, dass es ab und zu mal wirklich so gute Aktionen gibt. Ja, absolut. Ausgefallene oder exotische Lebensmittel als billige Aktionsware. Kann das schmecken? Wir testen. Die Asia-Woche von Aldi Nord. Die griechische Woche von Lidl. Vom süßen Nougat bis Biv-Teki ist vieles am Start, was zumindest griechisch klingt. Und die alpenländische Woche von Aldi Süd. Hier reicht das Angebot bis zur pfannenfertigen Schweinshaxe. Trioloidioloi. Wir wollen wissen, wie gut, wie lecker und wie authentisch sind die Angebote. Ist das alles echt oder ist das echt nicht echt? Was habt ihr da mitgebracht? Huren zu sauer. Kennst du sowas? Nein. So, guck mal hier. Pratina und Ratima sind gelernte und leidenschaftliche Köchinnen aus Thailand. Aber was ihnen die Asia-Woche von Aldi Nord hier vorsetzt, haben sie so noch nie gehört. Thai-Curry-Creme-Suppe. Entweder rote Curry oder grünes Curry, aber sowas hier erkenne ich nicht. Wenn die Thai-Leute gucken, lach sie auch. Es gibt keinen. Thai-Curry-Creme-Suppe. Und wie griechisch ist die griechische Woche von Lidl? Wir fragen den griechischen Restaurantchef Georgios. Das sind Sundblum-Kerne in Zartbetterschokolade. Okay, alles klar. Das ist etwas, was wir nicht kennen. So, Weinblätter. Das ist ein sehr bekanntes Produkt, ist klar. Die Griechen kaufen das auch gerne so. Das wird auch in Griechenland hergestellt. Diese Schnecke hier, Käseschnecke. Auch ein traditionelles Produkt aus Griechenland. Fast alles echt. Und auch noch in Griechenland hergestellt. Ein gutes Indiz. Aber wie steht es um die alpenländischen Produkte von Aldi Süd? Das fragen wir Josef Balmer aus Thun in der Schweiz. Was haben wir denn da? Eine originale Schweizer Rösti-Brat fertig aus der Dose mit dem Schweizer Kreuz drauf. Mal schauen, wo die herkommt. Aus Stuttgart. Schweinsachsen haben wir da. Nach bayerischer Art. Aus Hamburg. Original Wiener Schnitzel aus Österreich. Mit 25% österreichischer Semmelbröselpanade. Ich wundere, wo der Rest herkommt. Die Gerichte sind authentisch. Ihre Herkunft ist es nicht. Das Rätselraten der Profis geht weiter. Was sind das? Papaya-Bärchen. Bei uns gibt es sowas nicht. Nee, bei uns frische Papaya. Oh, Sojasprosse. Die Sojasprosse muss frisch knackig. Die Asia-Woche von Aldi Nord hat ihren Namen eigentlich nicht verdient. Viele der angebotenen Gerichte gibt es in Asien gar nicht. Jetzt geht's ans Probieren. Wir wollen wissen, schmeckt das oder schmeckt das nicht? Restaurantchef Georgios testet das Biv-Teki aus der Griechen-Woche von Lidl. Das schmeckt ja fast wie eine Wurst. Geschmacklich für Junggesellen. Also für jemanden, der nicht kochen kann, schmeckt das gut. Aber den Griechen in Griechen würde das 100%ig nicht schmecken. So, was haben wir da? Einen Marillenlikör aus Deutschland. Marillenlikör sollte man eigentlich in Österreich kaufen. Die haben es drauf. Die wissen, wie man Likör macht. Äh, ich denke, der schmeckt nach Spiritus. So. Und der gescheite Schweizer hat immer sein Glas dabei. Und ist vor Überraschungen niemals sicher. Fruchtig. Super. Der ist gut. Der ist ein richtiger Marillen. Ein richtig gescheiter alten Schnaps. Super gut. Außer im Discounter gibt es auch gute Schnaps. Mal sehen, ob das auch für Olivenöl gilt. Aus der griechischen Aktionswoche. Das Lüffeln ist sehr weich. Also sehr lecker. Es kommt immer aus Griechenland. Gebratene Noten. Thai-Curry. Die Zack-Zack-Zubereitung der angeblichen Asiagerichte finden die Expertinnen verdächtig. Das riecht gar nicht, so in meiner Meinung. Wenn frisch kocht, riecht man schon in die Pfanne nach Kräutern. Aber ... Alpenländische Rösti aus der Dose. Kann wenigstens das gut gehen? Ein guter Tipp, wenn man die Rösti in der Dose kauft, man muss die schön langsam, langsam brutzeln. Und schon haben wir sie schön goldgelb in der Pfanne drin. Nicht schlecht. Aber gut. Man kann die jetzt noch ein bisschen verfeinern mit Speck. Und dann ist sie ein bisschen intensiver. Da haben wir noch einen guten Geschmack. Aber sie ist schön knusprig geworden. Ein günstiges, schnelles Abendessen. Aber jetzt, schmeckt das nach Asien? Lecker. Mh, niam, niam. Die asiatische Küche setzt besonders auf Kräuter, feine Gewürze, frische Zutaten. Dagegen hat es jedes Fertiggericht schwer. Das von Aldi ganz besonders. Curry hat Aroma. Hat viel Aroma von Kräutern, von Gewürzen und so in der Richtung. Aber hier ist nicht ... Ich würde nicht empfehlen. Etwas besser die griechische Woche. Viele Produkte von griechischen Herstellern, auf die kann man zugreifen. Also ich würde sie auch selber kaufen vom Discounter. Aber Produkte, die nicht in Griechenland hergestellt sind, auf die würde ich verzichten. Das Fazit für die alpenländischen Wochen fällt am besten aus. Das ist natürlich kein Aushängeschild für die Länder mit ihrer Traditionsküche. Das ist was für zack, zack, in die Mikrowelle oder schnell in die Pfanne reinhauen. Aber wenn es schnell ratzfatz gehen muss, nicht schlecht. Die sogenannten Länderwochen im Test. Je näher uns die Küche liegt und je authentischer die Herkunft, desto besser. Drei Sterne. Wie aber schmecken die ganz normalen Lebensmittel vom Discounter? Zweimal das gleiche Menü im Blindtest, mit unterschiedlichen Zutaten. So, ich will es Ihnen ja nicht so ganz leicht machen. Rot steht für Supermarkt und Blau für Discounter. Ich bin gespannt, ob Sie es rausfinden. Vom Sternekoch angerichtet sehen beide Teller gleich appetitlich aus. Aber schmecken die billigen Zutaten vom Discounter genauso gut? Zwei Vorspeisen, ist wie im Schlaraffenland. Guten Appetit. Lachs-Variation à la Nelson. Auf dem einen Teller mit Lachsfilet von Penny und Räucherlachs von Aldi. 30% günstiger als Teller 2 mit Lachs vom Supermarkt. Also ich freue mich ja zunächst mal, dass ihr fast alles aufgegessen habt. Das ist ja schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und jetzt würde ich sagen, bringen wir es mal auf den Punkt. Welches schmeckt euch denn besser? Ich finde beides köstlich. Also das ist ohne Frage. Aber geschmacklich finde ich den linken intensiver. Das Tatar links finde ich besser als rechts. Rechts schmeckt es ein bisschen besser.